Hallo, willkommen am Campus Garching der TU München. Ich bin Markus und ich bin heute hier, um dir eine Führung über den Campus zu geben. Weil deshalb bist du noch hergekommen, oder? Wie du dir denken kannst, sind wir hier gerade in der U-Bahn-Station Garching Forschungszentrum, wo die meisten Studenten zuerst ankommen. Gehen wir doch erstmal hinaus ins Freie. Die TUM hat mehrere Standorte. Wir sind jetzt gerade an ihrem größten Standort in Garching. Hier befinden sich unter anderem die Fakultäten für Mathematik, Informatik, Maschinenbau, Chemie und Physik. Wir werden im Zuge der Tour heute auch an all deren Fakultätsgebäuden mal vorbeikommen. Und weil es ein interaktives Video ist, hast du dann auch immer die Möglichkeit, dir die Gebäude mal von innen anzuschauen, wobei die Führungen in den Gebäuden dann jeweils von jemand anderem übernommen werden. Gut, worauf warten wir noch? Fangen wir an. Wir gehen jetzt zuerst zur Fakultät für Mathematik und Informatik. Hier rechts ist da auch das Onkel Luz, der Gourmet-Imbiss und die Bäckerei Riedmeier. Hier könnt ihr euch, wenn ihr mal Mittags Hunger habt, aber nicht in die Mensa gehen wollt, Döner, chinesisches Essen oder Backbar holen. Hier rechts ist der Interims 1 Hörsaal, Interims 1. Darin sind zwei Vorlesungsszene, die abgesehen von Vorlesungen häufig auch für Live-Übertragungen von Vorlesungen aus anderen Hörsaalen benutzt werden, wenn im eigentlichen Hörsaal nicht genug Platz für alle Studenten ist. Abgesehen davon finden hier häufig auch noch Prüfungen und Informationsveranstaltungen statt. Direkt hinter dem Interims 1 befindet sich ein Sportplatz, auf dem ihr Volleyball, Fußball, Basketball oder Tischtennis spielen könnt. Die nötige Ausrüstung dafür könnt ihr bei der Fachschaft im MI-Gebäude ausleihen. Ja, und wo wir gerade davon sprechen. Hier hinter mir seht ihr das Gebäude der Fakultät für Mathematik und Informatik. So, wie bereits angekündigt, hast du jetzt die Möglichkeit, dir das Gebäude von innen anzuschauen. Wenn du das willst, dann klick jetzt hier und wenn du einfach sofort weiter mit mir über den Campus gehen willst, dann klick hier hin. Na los doch, klick schon irgendwo hin. Mir wird nichts mehr passieren in dem Video. Ich brauche den